ne waren wir noch nicht aufs maul oder ganz viele kleine hände Oh, nicht gut Irgende sind nicht so cool Deswegen töten wir die mal ganz schnell So Ich glaube, ich sollte jetzt einen Schlüssel bekommen Ejo Hammer Hammer, sehr gut So Ah Jawoll Geht doch Also, wir haben nun wieder einen kleinen Schlüssel Ganz gut Jetzt da rein, glaube ich Genau, perfekt Jetzt sind wir ja schon wieder Hochklettern Ja, ja, ja So ein Tempel ist schon Arbeit Viel Arbeit So, als wenn es um Schlüssel geht Also, vergisst mal einen Schlüssel und schon geht gar nichts mehr Hier ist aber auch noch eine Truhe Ich glaube, ich weiß, wo die Truhe war Die hier Da, ja Da war die Truhe Da So Und zack Und da fällt eine Kiste runter Diese Kiste Ist eigentlich kein Schlüssel Sondern Pfeile Yay Pfeile für mich Sehr nett So Gehen wir mal wieder hoch Fuck Das war falsch Komm, hinauf Hinauf Los Weiter, 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 weiter So Jetzt müssen wir den Gang noch nicht wieder Gerade machen Stimmt Nein, ich wollte auf das Auge da ziehen Ja Genau, das wollte ich Jetzt wird nämlich der Gang wieder Ungerade Und ob die genau will ich ja haben So Oh, 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 juhu Alles ist so schief Und mir macht es natürlich nichts aus Weil schief ist cool So Weiter gehen Weiter gehen Weiter gehen Jetzt muss ich wieder runter Oh je So Da rein Da vorbei Da durch Oh, oh man Ey So Und da hoch Ach, ja Okay Kannst du wegpacken So Muss nicht immer aus der Leerung Bei der Umtrag Darüber So Da lang Die Spassel hier Und der Schlüssel einsetzen Jo Noch rein Komm mal Oh Was war das? Äh Hier gibt es einen Tricky Ich glaube Wie ging das nochmal? Das war gar nicht so einfach Hier ist Feuer, ja? Feuer Auf Eis Hier ist eingeeiste Das Ding So Jetzt muss ich mir ein bisschen Ausruss früchten Und schon klappt das Zack Und auch noch aktiviert dazu Zum geraden Gang Wird ein schiefer Gang Und so machen wir das Irgendwas in diesem Raum Zum angucken Zum mitnehmen Nö Gut Da lala Lila So Und wieder zurück Durch den schief lang jetzt Schief ist toll Schief mag ich sehr So Jetzt wollen wir mal gucken Gibt es nämlich irgendwo ein Loch Genau Durch dieses müssen wir jetzt durch Das wird doch nicht weh Okay Schau mal hier Eine Tür Tür noch draußen, oder? Wohin geht die? Oh Ich weiß, wo wir sind Aber da will ich nicht hin Zurück Äh, Moment Muss ich grad gucken Hier fällt die Wand runter Oh, Schock Pass auf Die Decke fällt herab Danke, dass du mir das sagst Ich muss das mal reinziehen So, hier kann schon mal nichts passieren, oder? Hier passiert nichts Rennen Ja, komm Hier darf Muss möglicherweise auch nichts passieren Ja Neue Weile Sehr schön Okay, wäre gut Und jetzt hier raus Alter Puh Mach mal hier Wie kenne ich das? Ah, ein Schieberätsel Ja, ja Oh nein Das kenne ich Muss man da Dinge nämlich zusammen Fügen, ey Das auch noch in einer Minute Na ja, mal gucken Ja gut, eine Minute soll man sowas schaffen, ey Ich weiß ein bisschen Also circa was Gucken Oh je Gut, das hätten wir auch gleich Komm schon Noch etwas Sehr gut Was macht das hier 28 Sekunden Nein Ich glaube das schaffen wir Gerade so, aber Ich hasse Schieberätsel So Jetzt hier rein Keine Met Und was Zack Damals Sehr gut gelöst Da, du Wichser Weißt du, was jetzt kommt Du kriegst einen Bogen ins Gesicht Ah Ha 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 Na Wie heißt du? Wer die Fragen darf? Etty 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 Bitty Freddy Und alle anderen Ins Gesicht Kriegst du es Na komm Wie mein Link einfach so So dance So mit den beiden Und dann dessen Zack Ins Gesicht Na komm Ah Ganz hinten allein und so So Tot ist es 64 Yay Oh Das hätten wir Und weitergehen Und Mega lag Willst denn du jetzt Oh Das war ein bisschen fail Und zwar Was ist denn denn hier? Und dann hier? Oh, der letzte ist hier Tut mir leid Warte Wachsam Na Oh nein, was wird das? Vier von denen, super Wo soll ich denn jetzt wissen, welche welche ist? Ah, es wird die Sache Ah, es wird die Sache Ah, ich weiß, wer du bist Wie du bist das? So, jetzt gucken wir mal Einfach mal, wie das geht Wie langs habe ich verstanden Ja Das klappt doch nicht Etty, Etty, Betty, Fretty Ah Du Schlampe Machst mir keine Angst Bamm Ins Gesicht Und tschüss Ja, das war's dann auch mit dir Und damit haben wir alle vier Nein Oh Oh Ich hoffe, wir werden jetzt nicht zerpresst Okay Ja, geht da runter, geht's da Und ja, gehen wir mal Oh je Landen wir dann Oh ja Hier landen wir Oh nein, das kenn ich noch sehr gut Das beschissene Schieberätsel So, wir schieben Und dann öffnen sich hier Teilweise so Gänge Jetzt ist gerade auch wieder eine Tür aufgegangen Gut, schieben wir mal das hier da hin Zack Gucken wir mal, was sich jetzt so geöffnet hat Hier ist schon mal eine Tür zu Und hier auch Na toll Das schieben wir doch nochmal Oh Mann Zack Na, Stucky Ah, das ist gut oder? Sehr schön Meine Sehr gut Und eine Truhe Ist da drin Oh mein Gott Pfeile Oh, Pfeile Einzigartig aber war So, und dann schieben wir mal da nochmal Ding, 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 ding Hier ist nichts Und da ist wieder ein Knopf Sehr schön Und es öffnet sich noch eine Tür Oh mein Gott Schieben wir das dann noch da Ist ja noch was offen Nö Probieren wir das nochmal nach da Probieren wir das nochmal nach da Das vielleicht nochmal nach da Und dann schieben wir das nochmal nach da Auch nicht Moment Also Dingens ist hier Also müssen wir das dann nach da schieben So Datur ist aber noch zu Ah, hier ist der letzte Schalter Für den Bossraum Den wir auch geöffnet haben jetzt Sehr schön Gut, dann würde ich mal sagen Machen wir das Bin dann mal gespannt Für den Boss Da haben wir auch den Master Schüssel Und gehen rein